Wage es, durch die Tür zu kommen. Okay. Oh! Moment. Hier gibt es doch bestimmt irgendwas, oder? Hä? Äh, Moment. Erstmal schnell drüben gucken. Da geht es wahrscheinlich gar nicht weiter, oder? Ah, okay, deshalb, ja. Das ist der Grund dafür, dass wir hier sind. Oh, okay. Exit Omnis. Paxton Faddle und Replikantenstreitkräfte setzen ihren geordneten Rückzug aus der South River Kläranlage fort. Nachdem der vier Einsatzagent ein weiteres von Faddles Opfern ausfindig gemacht hatte, neutralisierte er Nachhuteinheiten der Replikanten und setzte die Verfolgung der sich zurückziehenden feindlichen Streitkräfte fort. Oberste Priorität ist, Paxton Faddle zu eliminieren. Das ist ja toll, das ist toll. Tom Cat, hier ist Nestmutter. Ich weiß, ihr Jungs seid angeschlagen, aber wir könnten Echthilfe bei diesem armen Kamm-Einsatz brauchen. Der Kontakt zu meinem Aufklärungsteam ist abgerissen. Die Lametta-Träger wollen, dass ich mehr Männer hinschicke, aber ich will erst wissen, womit wir es zu tun haben. Ich habe Befehl, diesen Faddle festzusetzen. Wird er ausgeschaltet, erlischt auch die telepathische Verbindung zu den Soldaten. Wenn die kein Missionsziel mehr haben, müssten sie sich abschalten. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Ich habe eine Idee. Haben Sie ein Deli übrig? Da läuft offenbar ein Rückzug auf der ganzen Linie. Mein Gefühl sagt mir, Faddle ist auf dem Weg zur Arme gekommen. Vielleicht können wir einander ja helfen. Geht klar. Okay. Dann helfen wir mal einander. Am besten holt ihn mich erstmal raus hier, also das wäre das Wichtigste. Und würd mir auch irgendwie helfen. Oh. Oh. Nichts gut. Ohohohohohoho. Okay. Vorsichtig. Denn jetzt haben sie auch Mien denen gelegt, oder was auch immer das war. Hier ist keiner, hier ist keiner. Nein. Was haben wir hier? Oh. Sehr schön. Was haben wir denn da jetzt? Oh. Sehr schön. Gut. Ich glaube, ich benutze die einfach mal jetzt. Jetzt schon nicht starten. Ähm, okay. Na, na klar. Erst einmal hier durch. Das ist Geräusch. Okay. Ich hab der Kurskisignal verloren. Vielleicht ist seine Ausrüstung beschädigt. Reicht. Feuerwehr und Rettungsteams sind da. Wenn das Feuer unter Kontrolle ist, durchsuchen wir die Trümmer. Das sollen die anderen erledigen. Ich brauche sie hier, um Rabakum zu stürmen, sobald die Anlage gesichert ist. Roger. Okay. Hier haben wir nichts mit, glaube ich mal. Näh, scheint nicht so. Was? Was war das jetzt? Verarscht. Jetzt kommen ja noch hier Unsichtbaren vor, oder was? Das weiß ich echt nicht mehr. Das kann doch nicht sein, oder? Oh, der ist schon tot. Oh, was war das? Ah, nee. Vorher ist nichts. Oh, der ist irgendwie... Oh. Oh, oh. Moment mal, Moment mal. Der ist ja auch mal cool, ja. Okay. Erstmal hier nach oben gehen und gucken. Hier gibt's gar nichts, okay. Oh, Moment. 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 Das sieht mir sehr nach einem Versteck aus, oder? Oder auch nicht. Da hinten. Da hinten. Ja, 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 dieses Spiel, ey. Dieses Spiel. Oh, ist sehr schön. Oh. Komm, äh, na, können wir nicht benutzen. Na ja. Oh, ist sehr schön. Dann geht's auch wieder zurück. Oh, Gott, ey. Ist doch nicht mehr egal. Ich lade wieder herüber. Auf die sichere Art und Weise. Munition haben wir für diese Waffe echt gut. Dann genug, das ist echt cool. Die ist echt richtig gut, also. Wo kamen wir denn her? Ach, da. Ich dachte gerade, das steht einer, aber der ist immer noch von, äh, vorhin da ein bisschen hängend. Oh, Gott, der hat mich schon wieder erschreckt. Was, was, hä? Okay, irgendwie hing gerade meine Tastatur oder so. Naja. Okay. Tschüss. Und der Alarm ist weg. Oh. Ist das gut, oder? Was? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich nehme an, die kann nicht wegsprengen. Damit hätte ich die Frage erübrigt. Hätte ich doch auf Folien machen können, oder? Okay. Okay. Upload läuft. Erinnern Sie sich an die erwähnte Abwasseranalyse? Ich habe noch mehr Infos. Die Kontamination scheint ihren Ursprung in Umwörtern zu haben. Der Ort ist heute so gut wie verlassen. Wahrscheinlich kein Zufall. Okay. Das finde ich toll. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. In den Schlund des Todes. Ähm... Es gibt nur den Weg hier. Da ist noch der zweite, oder? Da ist jetzt weiter. Moment. Ach, du lebst noch, Junge. Fick dich, ey. Du Penner. Was? Alter, ich dachte schon, hallo. Gut. Kann man auch, ups, oder? Da geht's nicht weiter. Oh, oh, ist das schön. Granate, warum nicht, mein... Alter. Boah, Alter. Erschreckt mich nicht alle so. Bitte. Ich hab aber kein Leben verloren. Okay, cool. Dann gehen wir ja weiter. Oh Gott. Jetzt kommt ein, äh... Großer Kampf. Im großen Feld. Ich hab nix gehört, denn wir haben okay. Nee, 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 nee. Da kommen gleich noch einige. Hoho, da gibt's auch wieder einige Sachen. Oh, eine AUG, glaub ich. Was, wie steht da? Ähm... Ja, glaub ich, glaub ich, bei... ...die Waffen wieder so. Das war's noch nicht. Das war's auf keinen Fall. Na, da... Gehört der zu uns, oder nicht? Nee, der gehört nicht zu uns. Ja, das war's, oder? Ja, das war's, oder? Nein, das war's noch nicht. Nein, natürlich nicht. Das war's noch nicht. Ja, das war's noch nicht. Okay. Nein. Nein. Huh? was sind die? hohoho Alter ja, die kriegst du nicht mehr, glaub ich oh oh, was ist mit dem passiert? ach, ist der Juggernaut von 4 oder was? oh, Alter, 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 Alter ganz was? was? ich weiß es nicht jetzt komm und du mach mal etwas also was? 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 was?